Drei gehirnte Prinzen Das Lager umfasste unzählige Zelte. Fackeln zierten unseren Pfad. Aus den Schemen des Feuers beäugten uns Dämonen aller Art. Spitze Hörner, schwarze lange Finger und rund zwei Meter große Kreaturen begleiteten uns in den Untergang. Die Masse war erdrückend. Jeder von ihnen erschreckte mich auf eine andere Weise. Manche hatten Bemalungen in Gesichtern, andere trugen Signien und scheuten sich nicht, sie offen zu zeigen. So sahen die Mörder unschuldiger Seltaren aus. Irgendeiner von ihnen musste Tamira ermordet haben. Sie war eine von Hunderten. Trotzdem suchte ich nach jemandem, der eine Stichwaffe oder passende Klauen zu ihren Wunden hatte. Vergebens. Die Kette schlierte über den matschigen Untergrund. Sie hinterließen ein trauriges Bild meiner Fähigkeiten zwischen den Fußabdrücken. So hilflos war ich bisher nie in meinem Leben gewesen. Als meine Welt mit dem Unfall zusammengebrochen war, hatte ich noch Mom und meine Großeltern gehabt, die mich umsorgten. Aber aus Eskarun geflüchtet zu sein und all die Studenten blutüberlaufend und regungslos zu sehen, übertraf meine Vorstellung, was es bedeutete, wirklich dem Ende entgegenzusteuern. Mein Inneres war ausgebrannt und der Eisenring lag schwer auf den Schlüsselbeinen. Aline ging neben mir und hielt den Kopf angespannt aufrecht. Auch sie schien jemanden oder etwas zu suchen. Je weiter wir schritten, desto mehr Tumult und Gelächter strömten aus den Zelten. Der Gestank von Alkohol brannte in meiner Nase und betäubte die Sinne. Vor mir verschwamm alles, bis der Dermann vor einem fellgeschmückten Hauptzelt stehen blieb. Neven? Achso, Neven, schau dir mal das Mädchen hier an. Was? An ihr ist irgendetwas Seltsames. Rief er und ich zuckte zusammen. Er meinte nicht unseren Verräterfreund, oder? Jemand schob den Vorhang beiseite. Was ist wieder los? Seth, kannst du nicht einmal selbst entscheiden, immerhin... Ich blickte vorsichtig hoch und erblasste augenblicklich. Was dort vor mir stand, war nicht der Neven, den ich kannte, sondern ein ähnlich aussehender Dämon, der das Haar schulterlang trug. Er war einer der Brüder, denen ich in Eskerule entkommen war. Oder ich litt wirklich unter Halluzinationen. Du bist der Experte für deren Bräuche, Verhaltensweisen und Magie, erinnerte unser Entführer ihn. Neven zeigte kein Interesse, eine Antwort zu geben. Er starrte mich unverändert an. Das gibt es nicht, brüllte Aline und zehrte die Ketten bis zum Anschlag mit. Du, du warst die ganze Zeit einer von ihnen? Wer ist denn jetzt Seth? Ist das jetzt der Vampir, der sie entführt hat? Ja, ne? Zügele dich, Seltarys, warnte Seth und schleifte Aline wieder zu sich. Bei ihrer unerwarteten Reaktion ließ sogar mein anfänglicher Schock nach. Entgeistert lauschte ich ihren Worten. Einen Scheiß werde ich tun! Ihr habt meine Heimat zerstört und meine Familie auf dem Gewissen! Sie richtete sich auf. Ähm... Sicher warst du derjenige, der die Kinder mit einem Grinsen ermordet hat? Die leuchtenden blauen Augen, als ich mich unter der Veranda versteckte und das Massaker beobachtet habe, werde ich nie vergessen! Ihr habt alles zerstört, was ich besaß! Ich stemmte meine Füße gegen die Erde. So ein Leid aus jungen Jahren mit sich zu schleppen, war unvorstellbar für mich. In ihr schlug ein vernarbtes, einsames Herz. Dagegen war meine Vergangenheit ein süßes Märchen mit Ponys. Über sein dämonisches Gesicht legte sich ein Schleier. Ich war woanders stationiert, antwortete er zögerlich und legte die Hand auf das Heft seiner Schwertes. Kein Zweifel, es war Neven mit seiner Phönix-Klinge. Kennst du die beiden etwa, Bruder? Sie sind mir gelegentlich mit ihrem Geplapper auf die Nerven gegangen, also keine große Sache. Etzanul, der zweite Dämon, den ich in der Akademie heimlich beobachtet hatte, gesellte sich grinsend zu uns. Würde ich dir auch raten, Bindungen einzugehen? Stand nicht im Befehl. Was machst du die da an, knutte Neven. Ich habe sie bloß zum Werkzeug umfunktioniert, damit ich nicht zwischen all den Seltaren auffliege. Er lächelte stolz. Deine neue Seite gefällt mir immer besser. Du wirst zu einem richtigen Konkurrenten für den Titel des grausamsten Mitglieds des Jahres in ganz Draljait. Ich weiß nicht, wer das gerade sagt, ob das Neven sagt. Nichts davon war sein eigenes Werk gewesen, sondern ein einfacher Befehl. Nicht nur, dass er alles geplant hatte, er hatte uns sogar mit seiner Magie ermanipuliert. So musste er Professorin Schabut und Mr. Sathau mit seiner Fähigkeit beeinflusst haben. Das erklärte auch mein seltsames Gefühl bei jeder unserer Berührungen. In dem Moment hatte er meine Empfindungen kontrolliert, um mich später gefügig zu machen. Also das heißt, sie stand gar nicht auf ihn die ganze Zeit? Der längst verloren geglaubte Zorn flammte auf. Du hattest, murmelt ich mit trockener Kehle, uns alle unter Kontrolle. Ich besaß nie eine Chance gegen seine dämonische Magie. Er hatte in Ruhe die Fäden im Hintergrund gezogen und wir spielten ahnungslos unsere Rollen. Ich wirkte mit letzter Kraft meine Erkenntnisse herunter und schielte zu Aline. Sie war genauso überrascht wie ich, aber in ihrem Ausdruck erkannte ich noch etwas. Unendlichen Hass. Hätte sie gekonnt, hätte sie jedem Dämon im Lager einzeln die Augen ausgekratzt. Und ich hätte ihre Mordlust nicht stoppen wollen. Rechte das Mädchen hin. Sie scheint nichts weiter als Abfall zu sein, sagte Azanul und zeigte läppisch auf mich. Mir wurde erst nach einem weiteren Moment bewusst, was und wen er meinte. Ich strauchelte innerlich. Ausgerechnet Neven sollte mich umbringen. Dieser verlogene Verräter. Verräter Ochse. Aline jappste mit weit geöffneten Lidern. Nein! Du weißt, wie wertvoll sie ist, Neven! Sei still, sei Taris Weib. Du wirst eine andere Behandlung bekommen. Azanul lächelte nach Vergnügung. Denn ich war der Dämon, der damals den Trupp angeführt und die lästigen Bälger entfernt hat. Ich schmecke noch ihr aromatisches Blut auf meiner Zungenspitze. Er zog sie am Hals hoch und befeuchtete demonstrativ seine Lippen. Das wirst du niemals schaffen, Monster, keuchte sie. Und ihr starrsinniger Blick glomm voller Verachtung. Gänsehaut schauderte über meine Arme. Das war der Dämon, der ihre Kindheit zerstört, ihre gesamte Heimat in einen Albtraum verwandelt hatte. Und trotzdem beleidigte sie ihn, während ihr eigenes Leben in seinen Händen hielag. Er lachte mit scharfen Zähnen. Es wird mir eine Freude sein, dich zu brechen. Das werden wir sehen, erwiderte sie unnahbar. Er schleuderte sie mit einem Arm zurück. Aline prallte gegen ein Zelt. Das Knacken eines Knochens drang an meine Ohren und ich verzog schmerzvoll das Gesicht. Ein Vorgeschmack auf das, was dich erwartet, wenn du dich mir widersetzt. Er zerrte sie wieder auf die Beine und verschwand durch die Menge. Die Dämonen gaben Beifall und übertönten ihre Schreie. Machtlos sah ich ihr hinterher und fand keinen Ausweg aus diesem Schlamassel. Gab es überhaupt einen? Seth stand neben mir und musterte mein Profil. Deine Freundin scheint einen starken Geist zu besitzen. Er wird mit ihr garantiert Probleme bekommen. Ich wendete mich ab, bloß in seinem eisigen Blick zu entfliehen. Aline war stark, doch ihren sturen Kopf zwischen Dämonen durchsetzen zu wollen, war genauso töricht wie mutig. Aber ich wusste selbst nicht, wie lange ich meine Temperament zügeln konnte. Seth packte mich am Nacken und drehte meinen Kopf, bis ich ihm direkt in seine furchterregende Iris blickte. Aber was meint sie damit, dass du zu wertvoll für den Tod bist? Wieder streifte seine Zunge meine Wange und unweigerlich verkrampfte sich jeder Muskel in meinem Körper. Ich weiß es nicht, wisperte ich und wurde aus seiner Nähe gezogen. Die Ketten klirrten und bevor ich mich versah, lag Nevins Arm um meine Schultern. Das seltsame Gefühl durchströmte meine Haut. Er manipulierte mich wieder. Verbitterung, Verzweiflung und mein klopfendes Herz vermischten sich. Deine Reaktion nachzuurteilen, ist sie in der Tat wertvoll, raunte Seth, neigte grinsend den Kopf und zupfte seiner Kurzhaarfrisur zur Seite. Sie steht unter meiner Aufsicht und nicht unter deiner. Ich entscheide, was mit ihr passieren wird und ob sie wichtig ist. Ein Wort von mir, ein Handgriff an irgendeiner dämlichen gebundene Insignia und da würde still sein. Meine Lippen bebten. Lieber starb ich durch Seths Hände, anstatt noch einmal Nevins wahres Gesicht zu sehen. Ich stehe unter keiner, fauchte ich und zog meine Schultern weg. Hast du schon vergessen? Du hast uns alle verraten, die Akademie zerstört und mich benutzt, um an das Buch und die Finstensphäre zu kommen, damit deine werten Dämonenfreunde die Studenten abschlachten konnten. Seth lächelnd wurde breiter. Sieh an, das Mädchen traut sich doch was. Ich zischte, doch der Dämon hinter mir drehte mich in seine Arme zurück. Beruhige dich, sagte Nevin mit bebender Brust. Ich hörte seinen tosenden Pulsschlag und mein Körper versteinerte sich mit jedem Wummern mehr. Der Duft von Zitronen und Mandeln haftete an seiner Lederpanzerung. Ich wehrte mich gegen die Magie und die ungewohnte zärtliche Umarmung. Dennoch, wie kleine Pustelblumensamen, stiegen winzige Funken in mir auf und Gefühle, die ich längst weggesperrt hatte, kristallisierten erneut an der Oberfläche. Mein eigenes Herz fiel mir in den Rücken. Naja, aber sie wird doch manipuliert, also ihr eigenes Herz fällt ihr nicht in den Rücken. Dabei hatte er mir alles genommen, was mir in dieser Welt geblieben war. Die finster Sphäre. Tamira hat die Möglichkeit, nach Hause zurückzugelangen und all das vergessen zu können. Tränen spülten den Anfall hinfort. Ich fühlte mich unendlich schwach in seiner Nähe, obwohl ich mit aller Kraft dagegen ankämpfte. Ich würde den Zorn von Itzanul nicht herausfordern, Brüderchen. Befehl ist Befehl. Keine Sorge, sie wird meine Klinge schon nicht spüren. Nur nicht heute. Schon mein... Ach nee, warte, wer sagt das denn jetzt? Ich würde den Zorn von Itzanul nicht herausfordern, Brüderchen. Befehl ist Befehl. Keine Sorge, sie wird meine Klinge schon noch spüren. Nur nicht heute, hüpfte es von seiner Zunge, als wenn er täglich Hinrichtungen vollzog. Natürlich, er war ein Dämon und kein zu empathiefähiges Wesen. Ist deine Magie wieder... aufgebraucht? fragte sein Bruder seufzend. Sirmuk ist so ein verschwenderischer Insignier. Schmeiß sie das nächste Mal weg. Wir haben am Hof bessere. Ich weiß nie, wer was sagt. Ich bin zufrieden mit ihr. Außerdem gewann ich sie im fairen Kampf. Und wer will keine Machtinsignie, die direkt aus dem Ursprung kommt? Überrascht hob ich meinen Kopf hoch. Deshalb hatte ich ihn an dem Tag nach Lucians Sieg umstoßen können. Er war wie ein Dominostein zu Boden gefallen und ich hatte mich darüber amüsiert. Womöglich hatte Nevin das Duell gewonnen, wenn er ausgeruht gewesen wäre. Seth schmiss meine Kette zu ihm hinüber. Mach, was du willst. Dein Ego wird bald wieder verblassen, wenn du erkennst, wie sinnlos es ist. Ich freu mich darauf, sagte er tonlos und fing die Kette mit einer Hand. Sein Bruder verschwand in eines der Zelte. Derweil waren die schaulustigen Dämonen ihrer Wege gegangen und Stille hüllte den Platz ein. Hast du dich beruhigt? fragte er mich leise und löste meine Handfesseln. Seine Finger waren wie der der anderen Dämonen mit einem schwarzen Aderngeäst durchzogen. Wohl kaum, fauchte ich in seiner fremdartiges Gesicht, welches jetzt deutlicher über mir ragte. Resigniert tauchten seine Augen ab. Er nahm meine Hand, anstatt die Kette wie bei einem Hund an einer Leine. Sie schleifte hinter mir her. Mit dieser Hand hatte er hunderte Seltaren umgebracht und trotzdem strömte Wärme aus ihr. Er presste meine Finger so kräftig zusammen, dass sie schmerzhaft kribbelten. An jeder Ecke lauerten seine Mit-Dämonen. Gewiss hätten sie zuerst zu gerne einem kleinen Mädchen wie mir die Brust aufgerissen und jede Rippe einzeln abgeleckt. Mensch stand nicht auf ihrem üblichen Speiseplan, schließlich hatte Seth keine Ahnung, was ich in Wirklichkeit war. Du hast keine Angst vor mir, stellte Nevin fest, während wir durch das Lager streiften und verschiedene schiefe Gesänge hörten. Vor uns taumelten einige Dämonen aus den Zelten hinaus und waren zu sehr im Rausch, um mehr Beachtung zu schenken. Jeder besaß eine andere Hörnerform, rund, spitz, kurz, gekrümmt, mal breit und mal dünn. Nevins waren schwarz und nach hinten geschwungen. Hast du erwartet, dass ich in diesen Ketten weglaufen würde? Die ersten Reaktionen auf unsere Äußeres sind nicht immer... klug. Oh, also war ich einmal klug genug für dich. Nevins Schritte wurden langsamer. Zwischen aufgestellten Bolzen hingen zahlreiche Körper in einer befestigten Leine. Blut rannte aus ihren Augenhöhlen, zerfetzte Wangen lagen frei und einzelne Wirbelschauten heraus. Ihre Gesichter waren unkenntlich und so zerfurcht, dass sie nicht mehr wie Seltaren aussahen, sondern wie Kreaturen aus Albträumen. Sie umkreisten einen schlampig gebauten Unterschlupf aus Erde und gestalteten den Anblick unansehnlicher, als sie müssten. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, sagte ich dann verschüchtert. Ich hatte keine Energie, mir ein Bild von irgendetwas zu machen. In meinen Untergang zu steuern reichte mir. Aber du kannst mich gleich irgendwo aufspießen. Dafür brauchst du nicht mal Magie. Er blieb abrupt stehen. Hast du solche Todessehnsucht? Ich war nur müde. Man hatte mir jegliche Hoffnung auf eine Zukunft außerhalb des Lagers genommen. Diese Nacht reicht für satte Tausend und ein Leben. Es wäre eine Verschwendung deines Blutes, flüsterte er mir harsch entgegen. Willst du meine Fähigkeit wieder missbrauchen, bevor du mich hinrichtest? Solange es in meiner Macht steht, bleibst du am Leben. Um mich bis an mein Ende zu quälen, da springe ich gleich von der Klippe, sagte ich trotzig und seiner Körperhaltung versteifte. Er beugte sich mit einem Nasenrümpfen hier runter und sah mich gefährlich an. Die Bewegung der Pupillen jagte mir doch so etwas wie Angst ein. Das Weiße der Augen war komplett verschwunden und in Schwärze getaucht, weshalb ich bloß in einen Ring aus Sommerblau sehen musste. Wenn du in den Tod stürzt, verrätst du deine Freunde, Familie und dich selbst. Somit wärst du nicht besser als ich oder mein Volk, hauchte er gegen meine Stirn und zehrte mich ohne Rücksicht weiter. Sprachlosigkeit hing in meiner Kehle fest. Sam, Mom, Grandpa und Granny tauchten vor mir auf. Ich bildete mir Tamiras und Daisys fröhliches Treiben ein, den Geruch von Moms Floristikhandel und mein altes Leben. An mir hing etwas viel Größeres als mein eigenes Leid. Ich hatte meine Verantwortung vergessen. Das von Nevin zu hören, machte die Sache nicht weniger beunruhigend. Zwei Dämonen bewachten den Eingang des Unterschlupfes und beugten mich kritisch. Es dürfen keine Taschen in die Unterkunft mitgenommen werden, sagte der eine und blockierte mit seiner Doppelstabklinge den Eingang. Nevins Hand griff fordernd nach dem Riemen. Setz den Rucksack ab. Ich behalte ihn im Auge, so gut wie es mir möglich ist. Widerwillig ließ ich den Rucksack den Besitzer wechseln und die Wächter hoben ihre Schranke auf. Eine Treppe reichte weiter ins Innere hinein. Sie war rutschig und ich stolperte mehr hinunter, als dass ich elegant hinabglitt. Das linke Bein kehrte allmählich in seinen Ursprungszustand zurück und verursachte Schmerzen. Ich ließ mir nichts anmerken. Aline wurde in diesem Moment von Itzanul gefoltert oder sogar ein Schauer streifte meine Arme. Das wollte ich mir nicht weiter ausmalen. Nevin quetschte meine Hand zusammen, als hinge sein ganzer Stolz an ihr. Fernab von der Realität fand ich es schön und tröstlich, aber es waren die Hände eines Dämons. Die verhastesten Kreaturen in ganz Mythe Noir und er war einer von ihnen. Am Ende des Abstiegs brannte schummriges Licht. Geflüster drang an meine Ohren. Ein weiterer Lakaise ist eingeknickt auf der letzten Stufe und rasselte seine Träume laut vor. Nevin gab ihm einen beachtlichen Stups mit dem Stiefel. Leuchten gelbliche Augen blitzten ihn an. Du solltest Wache stehen und nicht verwest rumlungern. Verzeihen Sie, dritter Sohn des zweiten Königshauses der Deathmoor, leitete die Wache mit unterwürfigerem Klang. Ich bin Nevin... Ich belächelte Nevins Nachnamen und den Adelstitel, den er wie Lucien verheimlicht hatte. War denn jeder ein verlogener Prinz von irgendetwas? Du solltest dich lieber um dein delikates Blauwein-Problem kümmern, anstatt deine Pflichten zu vernachlässigen, taddelte Nevin ihn. Der Dämon verneigte sich dankend und versuchte, die Unsicherheit in seinen Augen zu verbergen. Verzieh dich und bring jemanden Geschulteres nach unten, befall Nevin und stapfte mit mir weiter. Wir betraten eine Baracke mit vielen Hochbeeten aus Holz und Strohunterlagen. Das flibbernde Laterne erschloss langsam in den dunklen Ecken und Geflüster verstummte. Ein leicht stechender Geruch waberte mir entgegen. Wo hast du mich hingebracht? fragte ich. Dabei konnte ich mir die Antwort schon denken. In einem Massentierhaltung für Insignienträger. In den Betten lagen zusammengekauert junge Seltaren, Mütter, die ihre Kinder festhielten und Studenten aus Eskarun. Viele von ihnen schluchzten leise und nagten mit gesenkten Körpern an Brotstückchen. Jeder von ihnen war an seinem Platz angekettet. Der Stein in meiner Kehle rutschte mir in den Magen. Hier brachten sie die Gefangenen hin. An einem freien Hochbeet beendete Nevin die Besichtigung und drängte mich auf die Stromadratze. Meine Kette hakte sich an den mittrigen Eisenpfosten an den Bett. Sie verschmolzen miteinander. Mir blieb keine andere Wahl, als nachzugeben und mich dem Schicksal für diese Nacht zu fügen. Ich wollte es dir ersparen, wisperte er in mein Ohr und ließ meine zerdrückte Hand los. Während sein Rücken im gedimmten Licht verschwand, huschte mir Kälte durch die Bluse. Immer wieder hallte sein letzter gebrochener Satz in meinen Gedanken nach. Hatte er mich lieber im Gewölbe versauern lassen wollen, anstatt kurzen Prozess zu machen? Oder hatte er sich den Anblick meines Todes ersparen wollen? Das ergab wenig Sinn. Jetzt wollte er meine Fähigkeit benutzen und mich einfach hinrichten. Und mich nicht einfach hinrichten. Halbherzig griff ich nach der Kette in der Hoffnung, dass ich etwas ausrichten konnte. Ich zehrte an ihr, doch sie löste sich nicht von der Stange. Enttäuscht und kraftlos rutschte ich auf die Knie zurück. Es musste eine an mich gebundene Insignie sein. Das bringt nichts, schallte eine weibliche Stimme vom Nachbeplatz herüber. Das sind Insignien für Gefangene aus Gefängnissen. Sie sind so ausgerichtet, dass wir nicht entkommen können. Im seichten Schein der Laterne glitzerten honigbraune Augen hervor. Weißt du, was sie mit uns anstellen werden? Fragte ich. Man munkelt, dass wir nach Drajit gebracht werden, wo sie uns an unterschiedliche Höfe verkaufen wollen. Ich schluckte meinen trockenen Mund weg. Wir sollen Sklaven sein. Sie rückte an die Bettkante. Ihr geschorenes Haar betonte ihre hohen Wangenknochen. Vermutlich, antwortete sie. Über Sklaverei... Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Dankeschön. Dankeschön hier. Über Sklaverei hatte nirgends etwas geschrieben gestanden. Die Seltaren mussten nicht einmal für eine Kochstelle Holzsacken, Abfall beseitigen oder mit ihren Händen Feldarbeit leisten. Selbst dafür gab es Alltagsinsignien und bei körperlicher Anstrengung beanspruchten sie ihre Elementarmagie, welche die Dämonen sicher nicht brauchten. Ungläubig fasste ich mir an die warmen, feuchten Stirn. Wenn ich bloß jetzt einzelne Kette durchbrechen könnte, wären alle Seltaren frei. Wir würden das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben und das Lager von innen stürmen, denn die meisten Dämonen waren betrunken und konnten kaum die Augen aufhalten. Mit Elementarmagie wären sie leichte Gegner, wenn alle mit vereinten Kräften gegen sie vorgingen. Doch leider war das kein Hollywoodstreifen. Meine Faust schlug ins Stroh. Das Mädchen lächelte und zeigte mir seine aufgeschlagenen Knöchel. Tu das nicht die ganze Zeit. Das Stroh kann am wenigsten dafür und schlägt unsinnlos die Haut. Es schädigt unsinnlos die Haut. Ein blutunterlaufender Saphiring wandte sich um ihre Zeigefinger und blitzte wie ein Gletscher hervor. Durch tiefe Atemzüge versiegte mein Drang, weiter auf das Bett einzuschlagen. Wir können nichts gegen die Dämonen unternehmen. Wir können nur auf die Garnison warten. Sie werden jeden Moment eintreffen. In ihrer Stimme bebten Zweifel. Zarek war in der Akademie gewesen, weil er den Angriff vermutet hatte. Dass er entkommen war, konnte ich mir nicht vorstellen, obwohl das zu seiner feigen Art gepasst hätte. Vielleicht hatte er insgeheim eine Armee in der Hinterhand und wollte womöglich bald zuschlagen. Vielleicht traf er diesmal die richtige Entscheidung und rettete uns damit das Leben. Er musste geflüchtet sein. Er musste einfach. Die winzige Hoffnung leuchtete kometenhaft am Horizont. Sie könnten uns tatsächlich befreien. Jemand, der vom Angriff der Dämonen wusste, könnte die Gunst der Stunde nutzen. Sie drehte sich auf die Seite. Hoffentlich hast du recht. Bevor sie eintreffen, sollten wir etwas schlafen. Sie werden jeden Fingern und Signienträger spätestens morgen früh benötigen. Okay, flüsterte ich in die Stille. Sie griff regelrecht nach mir. Bilder von der grausamsten Nacht meines Lebens rauschten vorbei. All die Leichen, die Zerstörung, die Gesichter der Dämonen, die Aufopferung der Professoren und Tamiras verblasstes Lächeln im Abendrot hinderten mich daran, zur Ruhe zu kommen. Ich wälzte mich hin und her. Meine Sorge um Aline wurde stärker und kreiste in meinem Kopf. Sie litt in diesem Moment unter furchtbaren Schmerzen. Und ich hätte nichts anderes getan, als sie hinterherzustarren. Und ich hatte nichts anderes getan. Was konnte ich unternehmen? Was hätte ich anders machen sollen? Sie war die einzige, der ich noch vertraute, mit der ich die Heimkehr-Insignie finden konnte. Bleib standhaft und mutig. Der Spruch haftete wie ein Mantra in meinem Kopf. Aber ich hatte all meine Möglichkeiten ausgeschöpft, denn ich war eine Gefangene, deren Hinrichtung nur eine Frage der Zeit war. Das war's mit dem Kopf.